Hallöische Grüten. Wie ihr wisst, mag ich schön illustrierte Bilderbücher sehr, sehr gerne. Sowohl Kinderbilderbücher, aber auch Bilderbücher, die vielleicht eher für Erwachsene sind. Und ich möchte euch heute mal drei Bücher vorstellen, die alle von dem französischen Illustrator Benjamin Lacombe illustriert worden sind. Und zwei davon sind geschrieben von Sébastien Pérez, beides französische Künstler. Ja, und ich hoffe, ich habe die Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Mein Französisch ist nicht so gut. Von Benjamin Lacombe habt ihr bestimmt schon mal Bücher gesehen. Er hat ganz, ganz viel illustriert, unter anderem, ich glaube, seine Schneewittchenbuchillustration ist sehr berühmt. Er hat unter anderem Der Zauberer von Oz illustriert, Edgar Allan Poe Erzählungen und vieles mehr. Ja, und die Illustrationen sind sehr, sehr, mich erinnern sie immer ein bisschen an Tim Burton Filme. Sie sind irgendwie ein bisschen düster, ein bisschen geheimnisvoll, ein bisschen skurril und speziell. Und genau deswegen mag ich sie so gern. Und auch diese drei Bücher erzählen Geschichten von besonderen Menschen, die vielleicht von der Gesellschaft eher so ein bisschen an den Rand gerückt werden oder sogar verfolgt. Wie in diesem Fall hier. Das ist das erste Buch, was ich euch zeigen möchte. Da würde ich sagen, das ist vielleicht sogar nicht nur ein Buch für Erwachsene, sondern auch für Kinder. Vielleicht nicht für die ganz Kleinen, aber vielleicht zum Vorlesen und gemeinsam angucken. So für sechs, sieben, denke ich, kann man das durchaus auch vorlesen. Vielleicht würde ich sogar mit meiner Nichte lesen. Die ist erst drei. Also das ist nicht gruselig. Das heißt Lisbeth, die kleine Hexe, illustriert von Benjamin Lacombe und der Text ist von Sébastien Pérez. Und da geht es um Lisbeth, ein Mädchen, deren Eltern schwer beschäftigt sind. Ihnen gehört ein großes Kaufhaus und sie müssen immer viel arbeiten und deswegen verbringt sie die Sommermonate bei ihrer Großmutter Olga. Und als sie in einem Sommer wieder dort ist und mit ihrem dortigen Freund Edward ein Herbarium beenden möchte und sie brauchen dafür noch eine Christrose und sie suchen ein Buch auf dem Dachboden ihrer Großmutter, in der diese Rose beschrieben ist. Und Lisbeth findet aber ein anderes Buch, in dem ganz viele Frauen abgebildet sind und deren Lebensläufe kurz beschrieben sind, die alle außergewöhnliche Fähigkeiten hatten und manche davon dafür verfolgt worden sind. Und Lisbeth wundert sich, warum ihre Großmutter darin auch ist. Und dann findet sie sogar ein Bild von sich darin und lernt dann eben etwas über ihre Familiengeschichte oder über ihre Ahnenreihe. Und das hilft ihr dann auch, Edward zu retten, dem nämlich ein Unfall passiert ist. Und dieses Buch ist, ich finde schon, also mich hat schon dieses Titelbild unglaublich angesprochen, mit Lisbeth mit den langen roten Haaren und ihrem Kater Sokrates und diesen Krähen hier drumherum. Das ist eben auch das Bild von ihr, das dann in diesem geheimnisvollen Ahnenbuch abgebildet ist. Und ich will euch jetzt gar nicht zu viel von dem Buch Inneren zeigen, weil man sich ja vielleicht auch noch ein bisschen überraschen lassen will und weil ich das auch immer unfair gegenüber den Künstlern finde, wenn man irgendwie schon alles zeigt. Aber ich zeige euch mal ein paar Seiten. Hier, das ist zum Beispiel ein Bild, auf dem sie mit Edward auf dem Dachboden ist. Und eben, ja, da lesen sie in einem Buch. Und das hier zum Beispiel zeigt das Porträt ihrer Großmutter Olga. Und hier hinten, das finde ich auch besonders schön, gibt es eine Ahnenreihe, die quasi, ja, die Hexenahnenreihe zeigt. Und ich liebe ja Hexengeschichten sowieso. Ich mag auch Kinderhexenbilderbücher sehr gerne. Und, ja, finde dieses Buch einfach sehr, sehr schön und kann euch das sehr ans Herz legen. Das zweite Buch, was ich euch zeigen will, ist dieses hier. Die erstaunliche Familie Appenzell. Wieder geschrieben von Sébastien Pérez und illustriert von Benjamin Lecombe. Das ist genau genommen, streng genommen nicht unbedingt eine Geschichte, sondern es ist ein bisschen eine Familienchronik dieser speziellen Familie Appenzell. Erzählt von Viktoria Appenzell. Es ist also natürlich eine fiktive Familie oder man weiß es nicht so genau. Aber es wird ihm so erzählt, als wäre das eine richtige Familie. Und die Viktoria Appenzell hat von ihrer Großmutter Eugenie, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Briefe bekommen. Und daraus setzt sie so ein bisschen ihre Familiengeschichte zusammen. Und dann werden die einzelnen Familienmitglieder dieser Familie vorgestellt mit Bildern und mit Text. Und all diese Familienmitglieder haben besondere Eigenschaften. Also Victorias Mutter zum Beispiel heißt Undine und ist eben auch ein Wasserwesen. Dann es gibt eine Urgroßmutter von ihr oder so, eine Tante, die hat drei Beine. Es gibt eine Tante von ihr, die hat Fühler und so weiter und so fort. Also es gibt ganz verschiedene Eigenschaften. Mich hat es so ein bisschen an diese Bücher erinnert, Miss Peregrine and the Home for the Peculiar Children heißt das, glaube ich. Das hat Tim Burton ja auch verfilmt, zumindest das erste Buch. Und irgendwie hat es mich ein bisschen daran erinnert. Und ich zeige euch auch mal hier ein paar Bilder erst mal. Wie schön ist bitte schon dieser, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das, wenn man das hier so als erstes aufschlägt und dann kommt dieses wunderschön marmorierte Papier mit den Augen dazwischen. Und dann sieht man hier, das ist in verschiedenen Kapiteln eingeteilt, hier zum Beispiel das Haus der Familie Appenzell im ersten Kapitel. Ich blätter jetzt mal so ein bisschen. Hier ist ein Familienporträt, da seht ihr auch, wie das ungefähr aussieht. Ja, und das Ganze hat auch traurige Seiten, denn es gibt nicht, also es gibt in dieser Familie auch Babys, die Kinder, die sehr früh sterben, schon als Baby oder als Kleinkinder, weil sie es einfach nicht überleben. Das Ganze, die Familienchronik startet im 19. Jahrhundert und zieht sich dann bis ins 20. Jahrhundert, bis eben die Nazis an die Macht kamen und Menschen wie diese Appenzeller Familie verfolgen. Und dann gab es eben auch keine Bilder mehr davon. So ist die Geschichte. Da endet dann quasi dieser Stammbaum und hinten gibt es auch nochmal einen Stammbaum. Also das ist vielleicht auch eher speziell, aber mich hat das unglaublich angesprochen. Vor allen Dingen, weil das Buch auch so schön aufgemacht ist. Also allein der Buchumschlag ist so mit einer eingedruckten Musterung. Es sieht alles sehr alt aus und ein bisschen unheimlich, ein bisschen nach viktorianischem Gothic oder so. Und es sieht halt wirklich aus wie ein Familienalbum. Also man könnte denken, das ist wirklich ein Fotoalbum, in dem alte Fotos eingeklebt sind. Und das finde ich unglaublich schön. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht, diese Bilder anzugucken und eben aber auch die Texte dazu zu lesen und all die sehr besonderen Familienmitglieder kennenzulernen. Und was ich auch sehr schön finde, es gibt vorne eine Widmung, die mich sehr gerührt hat. Und da steht, für unsere Familien, für alle, die schon immer unterdrückt worden sind, weil sie anders waren, weil sie etwas anderes wollten oder weil sie die falschen Eltern hatten. Also es ist eben auch ein Buch für alle Außenseiter oder AußenseiterInnen, die sich so vorkommen wie AußenseiterInnen. Aber eben auch ein Plädoyer dafür, dass es für jeden eine Familie gibt und einen Platz. Und irgendwie finde ich das auch sehr rührend. Und ja, mir gefällt das sehr gut. Dann das dritte Buch, was ich euch zeigen möchte, ist sogar noch in dieser Folie. So habe ich es im Buchladen gekauft und ich glaube, ich lasse es auch ein bisschen da drin, weil es ist einfach zu schön. Aber jetzt packe ich es natürlich mal aus. So sieht das aus. Es ist ein sehr hochformatiges Buch mit einem sehr, sehr schönen bearbeiteten Buchcover wieder. Und hier so einem schönen, ich weiß nicht, ob das schon Leineneinband ist oder ich kenne mich jetzt nicht so aus mit diesen ganzen sehr speziellen Buchbindungsverfahren. Aber es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und es heißt Malaga, die Blinde. Und das ist sowohl illustriert als auch geschrieben von Benjamin Lacombe. Und er hat hinten etwas zur Entstehungsgeschichte geschrieben, was ich auch sehr, sehr spannend fand. Er hat sehr lange an dieser Geschichte gearbeitet und hat überlegt, wie er die auch bildlich umsetzen kann. Und letztendlich ist dann der finale Funken tatsächlich in Corona-Lockdown gekommen. Und da hat er diese Geschichte, dieses Buch dann beendet. Und es geht darin um Malaga, die Blinde. Eine junge Frau, die wir zunächst als blinde Seilkünstlerin kennenlernen, die in einem Zirkus auftritt. Und der Star dieses Zirkuses ist, weil sie eben blind ist und aber die tollsten Kunststücke auf dem Seil ausführen kann. Und dann geschieht eines Tages ein Unfall. Und wir erfahren, dass Malaga einen sehr schrecklichen Vorfall in ihrem Leben verdrängt hat und sich daran nicht erinnern konnte. Und deswegen auch blind geworden ist durch diesen schockierenden Moment. Und auf einmal kann sie wieder sehen und sie erinnert sich und beginnt halt quasi nochmal ein neues Leben. Also sie hat in diesem Buch quasi schon ein neues Leben begonnen nach diesem schrecklichen Unfall. Und jetzt, da sie sich wieder erinnert, versucht sie das halt zu verarbeiten und nochmal ein neues Leben zu beginnen. Also es ist eine kleine Geschichte, eigentlich eine ziemlich gewaltige Geschichte einer Wiedergeburt. Und was ich hier so schön finde, ist, dass es gibt nicht viel Text, aber Text und Bilder arbeiten miteinander. Also es gibt ein paar Seiten, in denen tatsächlich die Bilder die Geschichte erzählen. Und man versteht es aber sofort, man braucht die Erklärung des Textes dazu nicht, was ich unglaublich toll finde. Und was Benjamin Lacombe hier gemacht hat in Zusammenarbeit mit dem Verlag, ist, dass er mit so Seidenpapierseiten gearbeitet hat, die durchscheinend sind manchmal und manchmal auch nicht. Das heißt, die ganze erste Erzählung, in der Malaga, oder wie spricht man das Französisch richtig aus? Malaga? Auf dem Seil tanzt und sie ja blind ist, hat man den Text und dann eine schwarze, leicht transparente Seite. Und erst dahinter ist dann das Bild. Ich zeige euch das mal an einem Beispiel. Also wir haben hier, da ist der Text und hier ist diese Seidenpapierseite. Und wenn man die dann umblättert, dann erst sieht man die schöne Illustration. Und das finde ich eben auch so schön, weil es so symbolisch dafür steht, dass sie ja nichts sieht. Und das ändert sich dann. Auch der Stil der Bilder, die Farblichkeit, die sind am Anfang eher so in diesem Sepiaton gehalten. Und als sie dann wieder sehen kann, ist es auf einmal ganz, ganz bunt. Und es ist ganz viel Farbe da. Hier zum Beispiel, das ist ein Bild aus der Mitte. Und sie erinnert sich eben auch an ganz viel Buntes. Und dann gibt es solche Seiten, die, das kann man jetzt hier auch nicht so gut zeigen, muss man ja auch nicht. Ihr könnt, wenn euch das Buch interessiert, das ja selber dann entdecken als Buch. Wo dann eben auch so Elemente durchscheinen, sich Elemente überlappen. Und das ist unglaublich schön gemacht. Und nicht nur, das ist nicht nur eine unglaubliche berührende Geschichte, wie ich finde, die ja auch gar nicht lang ist. Und dieses Element Bild und wenig Text funktioniert hier so unglaublich schön. Sondern es ist einfach insgesamt ein Kunstwerkbuch, wie ich finde. Es ist auch nicht ganz billig. Also für jetzt so ein Bilderbuch in Anführungsstrichen. Das hat jetzt, ich glaube, 30 Euro gekostet. Aber es ist einfach, also das ist halt nicht nur irgendein Bilderbuch, sondern es ist insgesamt ein Kunstbuch, finde ich. Und das, ich habe es gesehen und ich, es musste quasi mit. Und so ging es mir dann mit den anderen beiden Büchern auch. Ja, das waren die drei Bücher, die ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, ihr fandet die genauso schön und seid vielleicht ein bisschen neugierig geworden auf diesen Illustrator. Ich auf jeden Fall. Ich werde mich jetzt noch mehr mit seinen Werken beschäftigen, weil ich das wirklich, wirklich schöne, schöne Illustrationen finde. Das war kein grammatikalisch korrekter Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde seine Illustrationen wirklich sehr, sehr schön und sehr besonders auch. Und ja, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude daran. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch Illustratorinnen kennt, die ihr mir empfehlen könnt. Oder schöne Bilderbücher, egal ob für Kinder oder für Erwachsene. Und ansonsten wünsche ich euch schöne Lesestunden und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.